Hallo und hier wieder willkommen auf dem Kanal Dicke Money Tutorials in viel vor heute, sehr viel. Ähm, ja jetzt weiss ja wieso das scheiss ähm, MF nicht getan hat, weil wir irgendwie zu wenig hatten das heisst, wir müssen einen Doppelkabel machen, so wie das heisst und dann hätten wir alles vom Mann wie geht das schon mit dem MFA aha, ja dann noch einen Maschinenblock haben wir doch irgendwo noch also es wäre so ein bisschen ein Fail ja und es dachte mir nein, das ist kein Video gekommen, ja ich habe sehr viel fortgegeben, auch wirklich streng haben wir schon und so, ja, ich habe nicht genommen gehabt ähm, wo ist jetzt das hin und das glaube ich alleine, das ist glaube ich am Teil mal nicht ganz vollendet gewesen, ich weiss ja nicht was passiert ist mit dem aber da habe ich aber nicht so viel gemacht, habe ich geschaut also wenn ich es dann im Film, dann weiss ich auch nicht mal, dass er da ruht ja da ist er nicht meine Güte da drin muss er doch sein unser Mak... Makirator nein, das gibt es jetzt nicht habe ich euch auseinandergenommen oder was habe ich gemacht da laden es einigermassen gut auf ich habe noch ein Jetpack ohlala aber es ist wissentlich komisch, ich hätte den Mann wir haben halt noch mal einen wir finden Iron Hennen, ich glaube jetzt dann bald ein bisschen Iron Hennen hätten wir noch genug, zum Glück und und jetzt habe ich dann auch langsam vorgegangen mit mit Buildcraft ein bisschen weiter ähm weiter das habe ich einfach so mal geplant gehabt weil man kann echt auch gar alle Sachen machen und ja dann werden sie mal angekommen und gehen gerne Copper farmen sehr wahrscheinlich gibt es den Copper oh 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 oh, ich bin nicht gewohnt mit dem Jetpack auf gar keinen Fall so er gibt es ja niemand nein, ich bin echt noch nicht gefühlt mit dem Jetpack den der hat glaube keiner dran, nein, der muss noch wachsen ja ok, irgendwie reiz der Jetpack auch ein bisschen wenn man nur so für so kleine Sachen braucht aber sonst reiz er sicher nicht und natürlich wenn man nicht von einem Falschaden kriegt dann reizt er auf gar keinen Fall so machen wir uns noch mal diese Kiste da komisch den wir jetzt nicht mehr haben so dann auf dieser Seite hier so und dann die Diamante Energy Crystal das war ja verdammt teuer und jetzt haben wir einen F-E M-F-E egal Mann und habe ich eigentlich jetzt vorgekommen zum ich brauche kurz noch mal wie heisst es ich will mal schauen wieviel noch hat genug die hat eine Zange ja brauche man irgend so wenn die irgend so ist ähm Fail ähm hallo hallo Mann was soll ich kacke ja wir haben schon nichts mehr irgends ähm 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 komisch das haben wir doch noch gehabt Mann nein das gibt es doch nicht oder haben wir irgend so eine Kiste die wir nicht fertig ähm ausgeräumt haben oder was ich habe jetzt schon lange aufgenommen aber also da oben ist sie ja Mann bin ich blind oder was so dann kann man das einfach mal so machen und dann sollte ich nein nein oh jetzt habe ich den Energie kaputt gemacht hä das ist jetzt aber ein Fail Fail man so genau dann können wir jetzt den MfE hier anschliessen tada und der MfE steht und er kriegt Energie und verdammt schnell gell jass man und ich zocke ich auf easy friedlich hat man auch gesagt und da werden wir jetzt auch machen aber dann hätten wir mal Strom zum erzeugen dann ja ähm hättet eigentlich mit dem Billcraft manchmal auch etwas gesehen ein paar Steak ist da und das sind Zahnräder verdammt einfache Zahnräder aber egal immerhin etwas jetzt muss ich einfach mal fahren zum Glück sind es nicht teuer es sind echt nicht teuer und so brauchen wir nicht mehr brauchen wir nicht mehr redstone brauche ich noch eins im bar anau und das könnte ich gerne mal kurz nachschauen ok klappen ähm da ist es doch genau redstone motor ok da auf holz glas nein den meine ich natürlich pflaster stein oben glas kolben und nebenan die Dinger ok glas hätten wir glaub und vielleicht langsam nicht mehr doch haben wir dann kommt es noch nicht mehr angenommen dann machen wir mal kurz Pistons ein paar kommen wir gleich die Feier na zu ewig keine Pistons mehr gemacht das ist traurig glas und dann hätten wir unser erst motor nice dann ja wir sind wieder mal glas wir sind wieder mal glas und gut dann hätten wir mal der zweite perfekt und dann hätten wir noch vor zum so ding bauen steinbruch genau na nicht doch der steinbruch und den machen wir oh du heilige ok der ist ein bisschen teurer hehehe der ist echt teurer meine fresse ey wie teuer ist denn das ein ein no 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 boah man ja das können wir gar nicht machen ah ok dann weiss ja wissen wir auf was wir sparen gold goldzahnraten mei diamant und diamant spitzhacken wir haben ja alles verschenkt böse gesagt also nein schon für etwas aber eigentlich schon für etwas ja ja egal dann tun wir mal auch in die kiste rein wenn wir dann erstmal sortieren es gibt es bald ein knusch ein schlimmes knusch mann so 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 und so dann würde ich sagen ja fühlt sich schön fühlt sich wirklich schön gehen wir runter zum money turtle den haben wir glaube ich letztesmal total vergessen ja fikt halt auch immer zu runter gehen und das ist nicht so toll und da wäre natürlich besser so ein Steinbruch also die die nicht wissen was das ist man kann dann einfach runtergraben bis runter und es lohnt sich natürlich auch mega mit dem chapback könnten wir nicht gleich runter gehen und runter kommen aber noch etwas noch zum abbauen hätte ich auch schon einberechnet das wäre natürlich auch gleich nochmal Killer das wäre sehr witzig und ja da haben wir immer noch nichts gut unser death point müssen wir auch mal löschen mann ok das ist nicht unbedingt schnell das braucht noch Sprit unnötig nein nein ok so vielleicht mehreren Strom haben wir auch in genüge in genüge ja genau schau da hätten wir auch mal redstone schauen schauen genug haben wir redstone redstone meine Güte das lange meine fressen ah ok die haben wir nicht also nehmen sie gleich wieder mit ich weiss auch nicht wo wir da stehen geblieben sind wir hatten so viel noch zum abbauen ist ja nicht normal dann mal das Eisen das kann man immer gut benutzen ja sie erfährt über das Fackeln her nicht fehlen heute so das ist ja nicht das mit dem gehen wir mal weiter und schauen was dort hinten noch ist Cola und natürlich ja das tun wir auch gerade aber zuerst nimmt es mich einfach mal wunder wo das money turtle ist ma oh du heilige ja das hat natürlich gestoppt oh 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 die hat schöne sachen für uns zu lassen uh geil und dann werde ich sehen gell machen wir jetzt auf da weiter weil ich keine Woktion noch mal ähm Dinge suchen ok nein wir haben kurz kaputt den sehen wir uns gerne noch mal bis später ok da sind wir wieder ich habe ihn gesucht also wieder da so und natürlich müssen wir noch wieder alles ändern ist immer noch zu gleich ja könnte ja auch mal irgendetwas machen das wir nicht immer ändern müssen wäre einfacher natürlich aber geht auch eigentlich recht schnell von dem her so rtb Tunnel also 3 haben wir noch immer gehabt 2 und sagen wir 200 komm das sind jetzt einfach mal ah nein nein dann geht es viel zu lange gegen sie 100 und 15 wie immer und ein bisschen kohle geben ein paar gisten und ein paar fackle da langt ja viel spass mein friend also wir können jetzt haben wir die Zeit zum abbauen und jetzt habe ich nicht so bock es geht auch in der mine wie das immer sie und bis jetzt hat jetzt der money turtle wieder sehr wenig gebraucht ja hat eigentlich noch nicht bis jetzt nicht so viel gebracht wieder da halt immer so unnötiges Zeug was man nicht braucht halt ist immer zu klein ja aber ist doch logisch wenn man keine richtige guatemina findet und nichts spezielles dann haben wir sie wahrscheinlich auch recht problem es ist so noch kohle ich sage ja nicht nein zu kohle oh was ist denn da ah das haben wir auch mal ausgestopft dann gehen wir zurück oh jetzt gehen wir schön lange laufen ja ist weit gekommen der money turtle sehr sehr weit sehen wir unser Haus da nein ich habe mal das ich brauche wieder eine Menge Sprit auch ja aber jetzt können wir dann irgendwie auch mehr Sachen machen mit Strom und was auch immer noch Rüstung natürlich und unser Kraftwerk auch vergrössert geht natürlich auch wie das Wasserkraftwerk und bis jetzt geht es eigentlich das Wasser sehr gut ich werde glaube auch lange das lassen weil was bräuchten wir mehr ich glaube ich finde einfach nein bräuchten wir eigentlich nicht weil für Wasser wir haben ja eben wir haben ja eigentlich alles Wichtige und von dem her und dazu geht es gerade ab das Reiz gerade dann müssen wir gleich da machen wir es auch mal besser und da aber wäre es wieder ein bisschen nützlich aber jetzt können wir natürlich hier schön immer abbauen aber das ist gleich mal hoch schau jetzt kommen wir auf da hoch und jetzt würde ich das Richtige finden da ich bin einfach hä wo gehen wir denn da immer auf ah da ich finde es nie dann können wir abziehen nein langsam es gibt schon kein Strom man ist nicht zu glauben aber eben wir haben noch genug und es produziert auch immer weiter vor dem her habe ich eigentlich keine Angst und dann der Macalator wo der heisst bauen wir dann auch irgendwie her weil er brauchten wir dann auch für spätere Sachen und noch andere Sachen wo der jetzt darauf glaube ich auch sind ich glaube ich muss gerne auch schauen ähm nein nein nicht unbedingt es ist immer angekommen der Strom hat es dann 6000 ja nicht schlecht oder 60.000 weiss ich gar nicht ah nicht schlecht nicht schlecht wir müssen rubble rubber perfekt da ist es noch alles voll alles ist voll man ist nicht zu glauben dann meine Waffe nochmal so eine rote Spitze wir haben so viel von dem ähm wo ist es jetzt wieder ist es nicht da und ich bin auf ja da ist es natürlich ich bin auf blind ich bin auf blind so hätten wir es auch wieder oh Ding natürlich auch noch oh Ding wieder rein da hier natürlich auch dann tun wir das hier weg und dann wieder anziehen und ab gehts dann können wir wieder runter gehen ich wäre bereit und die Jetpack auch einigermassen auch und hier ein Hotel perfekt und dann können wir eigentlich auch jetzt runter gehen gehen wir wieder ein bisschen das geht mir leid aber es gefällt es einfach mal dazu und eben da habe ich gesagt möchte ich eigentlich ohlala das Glück genau da bauen wir einfach mal ab und da ist es genau das ist natürlich wieder übelst Glück aber man braucht einfach Glück ein bisschen Tin oh perfekt Tin oder und ja auffliegen wir schon in der Dore das jetzt hier oben nichts wichtiges nein ich fliege noch ein bisschen unsicher so gehen wir hier rein ich weiss echt nicht für was wir das brauchen aber egal da die haben wir erkundet da wäre auch nicht die Neue ja wo geht jetzt noch so und ja jetzt haben wir hier kein Problem mehr dort oben jetzt noch Cola perfekt rein fliegen und ja genau das nein fehl jetzt sehen wir glaube ich gerade ein bisschen ich muss da kurz das Bild kurz kleinermassen so jetzt geht es gerade wieder es fehlt gerade ein bisschen hoffen bei euch sehen wir es nicht also ein bisschen lag oh ja alter man wieso legt es jetzt so übel man sind wir hier oben auch mal gewesen aber da kommen wir ja gescheit ja gescheit hier oben ist auch nichts aber wenn es so legt kommt ihm auch mal das Lappesla zu legen ja jetzt ist irgendwas passiert mit dem PC das so ultra lag dann würde ich sehen ja ja das kann man gar nicht ich bin also auch nicht unbedingt ähm sparen mit dem das gibt auch zu ich glaube da haben wir auch schon wieder alles erkunden schade schade und ich denke wir hätten noch etwas das sieht echt nicht so aus also wenn wir hier noch etwas hätten wäre natürlich gar nein hätten wir rechnet ja so gleich könnten wir auf Diamante hoffen bei unserem wie heisst es schöner schöner Turtle Mining Turtle wäre natürlich auch schön wieder einmal bei Diamante aber ja man weiss auch nicht jetzt wieder auffahren und da unten ist auch gleich auch nichts mehr nein es sieht nicht so aus so und wenn wir jetzt runtergehen nehmen wir es dann so voll gehen wir mal zuerst rauf gehen wir rauf, rauf, rauf ich nehme den Leber wieder mal ab und dann habe ich auch vor zum Farmen vor allem mit dem Steinbruch ja ihr habt es vielleicht gesehen es ist verdammt teuer ja es hat bestimmt aber dafür ist es dann auch recht billig und eben dann fragt man sich natürlich ist jetzt es ist wichtiger am Anfang teuer oder oder dass es am Anfang billig ist und nach einer feiner teuer das ist natürlich auch wieder eine gute Frage und für mich jetzt habe ich mich entschlossen dass das Ding wichtiger ist dass es noch billiger ist und jetzt meine Erz fertig schloss einfach die kostbaren Sachen hier drin das heisst verstalles oh my god ja verstalles das heisst so Sachen da naja das ist echt fast alles noch ein paar Kiste müssen wir verstärken hier öhm da erz einfach die wichtigen dann hätte man einfach keine durcheinander immer wissen wo was es ist und ja das reisst auch immer auch für mich und es wird schon langsam voll man es wird schon langsam voll jetzt sollte es nicht mehr so liegen ich hoffe es mal nicht das haben wir rein da perfekt denn können wir da auch noch etwas raus stauen aber wir haben ja fast noch meine Güte spezielle Erze ja wir haben ja fast einen diamanten Kiste mal für die Erze wäre auch noch mal etwas wäre egal so da unten wäre es gewesen dann da oben na da oben ist es noch nicht natürlich au du heilige ja dann müssen wir es lange noch nicht na das reicht sicher nicht na 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 ja weiss was machen wir jetzt wenn wir oh nein wenn wir jetzt Copper oder wenn wir jetzt einfach ja wenn wir Copper hätten natürlich meine fressen meine natürlich haben wir auch das nicht Copper oh da haben wir gerade eine Sorry da und da haben wir gerade eine Eisenkiste machen natürlich auch zum Studieren etwas aber nein ich glaube jetzt wenn wir jetzt einfach mal so jetzt wissen wir dass dort die meisten drin sind jetzt gehen wir noch kurz runter bevor die Folge fertig ist und gehen zum Mining Turtle mal schauen wie es dort aussieht ich weiss echt nicht vielleicht gut vielleicht auch schlecht vielleicht auch eh schlecht keine Ahnung aber eben der habe ich glaube für ewig das ist doch perfekt und das ist immer schön wenn es alle wenn etwas für ewig hält oder ähm ja hebt das ist immer gerne ach so nicht nein jetzt müssen wir wieder so wie laufen zum nächsten mal fangen wir mit dem Mining Turtle oder diesen würde ich jetzt mal sagen gut dann da machen wir oft hier gegenüber wenn es langsam wird schon ein bisschen zu lang habe ich das Gefühl und das ist natürlich auch nicht immer spannend wenn wir hin und her laufen so ist ja 300 Meter ne 400 fast schon der Gang und dann könnte es schon noch recht lang gehen also es ist so und eben die Folge bleiben noch eben circa wieder 25 Minuten habe ich so eben habe ich so abgemacht mit mir selber und sonst ja ich glaube da hat es angefangen jetzt das neue sieht es fast so aus nein noch nicht oder doch oder doch ähm nein gerade noch nicht das Redstone man wie ist ein Brummer of Redstone am Anfang verstehe ich es ja noch aber jetzt wenn du hast 2 Stacks man nein mehr 4 Stacks oder so jetzt habe ich es gleich mitgenommen nein immer noch nicht meine Fresse man ja natürlich wieder sehr weit das ist immer das Schlimmste schau wenn der oben fehlt immer oh man ja das wäre wieder scheisse man ja dann würde ich einfach mal sagen ähm ich baue jetzt auf dem mal da ab fertig ja also auf ah da ok nehmen wir auch gerade noch dann würde ich sagen wir machen dann die anderen weiter also auf der anderen Seite weil jetzt ist dann genug da da würde ich sagen bis zum nächsten Mal ich hoffe es wäre auch gefallen ist jetzt nicht so eine ist eine Folge gewesen wo wir nicht so viel gemacht haben aber es ist ja nicht so schlimm deadback bis zum nächsten Mal 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017